Wie natürlich Ritt von Akne geht Akne-Medikamente könnten Ausbrüche zu stoppen, aber sie können auch dazu führen, Trockenheit, Verförbungen und Hautreizungen. Steckt mit dieser wissenschaftlich erwiesen, natürliche Heilmittel, und etwas Geld zu sparen, indem sie Zutaten, die sie bereits um das Haus haben könnte. Dampfreinigung Ihr Gesicht Bereiten Sie Ihr Gesicht für Dampfreinigung. Wenn Ihr Haar ins Gesicht fällt, ziehen Sie sich zurück und sichern Sie sie mit einem Haargummi, Kopfband, oder Haarnadun. Waschen Sie Ihr Gesicht mit einem sanften Reinigungsmittel, entweder ein Nicht-Produkt auf Ölbasis oder eine Anlageprodukt auf Ölbasis. Viele Dermatologen empfehlen die Verwendung von Glycerin, Traubenkern und Sonnenblumenöle, wie Öl sind am besten zu absorbieren und andere Öle aufzulösen. Verwende Sie Ihre Fingerspitzen anstelle von einem Waschlatten oder Schwamm, der weiter Ihre Haut verschlimmern könnte. Massieren Sie den Reiniger in die Haut für etwa eine Minute, um einen sanften, kreisenden Bewegungen. Sie versuchen, nicht zu schrubben, nur den Reinigerlösen helfen und zu absorbieren Schmutz und Öle. Spülen Sie Ihr Gesicht gründlich mit lauwarmem Wasser. Bad Ihre Haut trocken mit einem sauberen Baumwaldtuch. Reiben Sie nie ein Handtuch über das Gesicht, da dies weiter die Haut reizen könnten. Wählen Sie Ihre ätherischen Ölen. Die Öle enthalten sind hier alle haben entweder antibakterielle oder antiseptische Eigenschaften, das heißt, Sie töten die Bakterien, können die Akne und verhindern die Bildung von neuen Pickel verursachen. Basierend auf Ihre individuelle Situation. Wenn Sie neigen dazu, ängstlich oder depressiv zu sein, verwenden Sie den Lavendel. Wenn Sie einige Pickel, in der Regel bakterielle, zusätzlich zu Mietessern, ein Kraut mit antibakterieller Eigenschaften verwenden. Wenn Sie eine obere Atemwegsinfektion zu kämpfen haben, verwenden Sie Thymian, um sowohl die Infektion zu behandeln und die Staus mit Hitze brechen. Spearmint- oder Pfefferminzöle können einige, sofort ist Ihre Haut reizen durch einen einzigen Tropfen Sie am Handgelenk setzen und warten auf 10-15 Minuten. Wenn es keine Reizung ist, sollten Sie in der Lage sein, das Öl zu verwenden. Beginnen Sie mit 1 Tropfen pro Liter Wasser. Sowohl Pfefferminze und grüne Münze enthalten Menthol, die sowohl antiseptisch und immunstärkende Eigenschaften hat. Thymian stärkt das Immunsystem und hat antibakterielle Eigenschaften. Es steigert auch die Zirkulation des Blutes durch die Blutgefäße öffnen. Kalendula beschleunigt die Heilung und hat antimikrobielle Eigenschaften. Lavendel wirkt beruhigend und kann mit Angst und Depression helfen. Es hat auch antibakterielle Eigenschaften. Bereiten Sie Ihre Dampfwasser. Füllen Sie einen 1 Liter Topf mit Wasser und bringen es zum Kochen für eine Minute oder zwei. Sobald das Wasser wurde für ein paar Minuten Dämpfen, 1-2 Tropfen jeden der aufgeführten ätherischen Ölen hinzuzufügen. Wenn Sie nicht über die ätherischen Öle, Ersatz mit 1-2 Teelöffel des getrockneten Kraut pro Liter Wasser. Sobald Sie die Kräuter und Öle hinzugefügt haben, lassen Sie das Wasser kochen für eine weitere Minute. Nach einer Minute, schalten Sie die Hitze und bewegen Sie den Topf auf eine angenehme Umgebung zum Dämpfen aus. Stellen Sie sicher, dass Sie nicht ungeschickt über den Topf zu krümmen haben, wie Sie diese Position für eine Weile halten musst. Test auf Hautsensitivity.always bewusst sein, dass Sie die Empfindlichkeit auf ein pflanzliches Öl zu entwickeln. Selbst wenn Sie erfolgreich Öl in der Vergangenheit verwendet haben, erneut zu testen es jedes Mal, wenn Sie mit ihm Ihr Gesicht dampf. Versuchen Sie, jedes Öl für etwa eine Minute, dann nehmen Sie Ihr Gesicht weg von der Dampf für 10 Minuten. Wenn Sie nicht niesen und bis zur Haut nicht schlecht reagiert, auffirmen, das Wasser und fahren Sie mit den Dämpfen. Dampf Ihr Gesicht Legen Sie ein großes, sauberes Baumwaldtuch über dem Kopf. Sie finden diese verwenden, um eine Art Zelt zu stoppen, den Dampf um Ihr Gesicht zu schaffen. Sobald Sie Ihr Handtuchzelt gemacht haben, beugen sich über den Dampf, setzen Sie Ihr Gesicht in den Dampf zu setzen. Halten Sie die Augen während des Dämpfprozesses geschlossen zu schützen Sie vor Dampfschäden. Halten Sie Ihr Gesicht mindestens 12 Zoll aus dem Wasser entfernt, sodass Sie nicht Ihre Haut verbrennen. Sie wollen Wärmeblutgefäße zu erweitern und die Poren öffnen, aber Sie wollen sicher nicht mit Hitze um Ihre Haut zu beschädigen. Atmen Sie normal und entspannen. Dies sollte eine angenehme, beruhigende Erfahrung sein. Halten Sie Ihr Gesicht über den Dampf für etwa 10 Minuten. Pflege danach für Ihre Haut. Spülen Sie Ihr Gesicht mit lauwarmen Wasser gut und trocken Tupfen mit einem sauberen Baumwaldtuch. Erinnern nicht die Haut zu reiben. Befeuchten Sie Ihre Haut mit einer Nicht-Komedogen-Lotion oder Creme, die nicht die Poren verstopfen und Akne verschlimmern. Schauen Sie sich die Verpackung, um sicherzustellen, dass es ein Nicht-Komedogen-Produkt ist. Nicht-Komedogen-Produkte nicht fördern die Bildung von Akne wie Mietesser, Mietesser, Pickel oder Jedes Produkt, das Sie auf Ihr Gesicht, von der Lotion-Reiniger zu Make-up, in einem Nicht-Komedogen-Formel für Menschen mit Akne neigender Haut wahrscheinlich produziert. Eine Hautfeuchtigkeits-Screme ist Kokosöl. Sie können normal Kokosöl oder Knoblauch-Kokosöl-Gemisch verwendet werden, drücken Sie den Saft einer Knoblauchzehen in ein Glas Kokosnussöl und gut umrühren. Die Haltbarkeitsdauer beträgt ca. 30 Tage im Kühlschrank. Sparsam reiben diese in Ihr Gesicht einmal oder zweimal pro Tag. Beide Knoblauch- und Kokosöl töten Akne-Keime. Die mittelkirchen Fettsäuren verflüssigen Mietessern und halten Sie Ihre Poren der Haut geöffnet. Der Knoblauch gibt es ein wenig Knoblauchgeruch, wenn Sie nicht mögen, das Sie nur wollen, können stattdessen schlicht Kokosöl verwenden. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie Besserung sehen. Am Anfang können Sie Ihr Gesicht zweimal täglich dampf, einmal morgens und einmal abends. Nach zwei Wochen oder so, sollten Sie irgendeine Art von Verbesserung in Ihrer Haut zu sehen. Wenn Sie Verbesserung sehen, verringern Sie die Frequenz Ihrer Dampfbehandlungen einmal pro Tag. Anwenden von Erbelmasken Erfahren Sie, warum pflanzliche Masken arbeiten. Die Maskezutaten hier beschrieben haben astringierende Eigenschaften, die sauber, ziehen, und helfen der Haut zu heilen, während Pickel zu behandeln. Astringenz kann die Haut auszocknen, sie gelten nicht, es zu bereits trockenen Gebieten. Allerdings, wenn Sie fettige Haut haben, wird eine Maske mit astringierend wird helfen, Ihre Hautfeuchtigkeit Niveau normalisieren. Mischen Sie Ihre Kräutermaske Basis. In einer Schüssel mischen 1 Esslöffel Honig, 1 Eiweiß, und 1 Teelöffel Zitronensaft. Diese Zutaten haben natürliche Eigenschaften, die Ihrer Haut heilen helfen. Zum Beispiel hat Honig antibakterielle und astringierende Eigenschaften. Die Eiweiß verdicken nicht nur die Maske, sondern auch als astringierend wirken, und der Zitronensaft ist sowohl ein astringierend und ein natürliches Bleich-Bleichmittel. Fügen Sie ein ätherisches Öl. Sobald Sie Ihre Maske Basis gemacht haben, in 1-2 Teelöffel eines der folgenden ätherischen Öle mischen. Pfefferminze Grüne Minze Lavendel Kalendula Thymian Tragen Sie die Maske. Mit den Fingerspitzen, verbreiten Sie das Gemisch über das Gesicht, den Hals, oder wo auch immer Sie ein Problem hast. Dieser Vorgang kann etwas unübersichtlich werden, so stellen Sie sicher, dass es in einem Bereich zu tun, die leicht gereinigt werden kann, wie ein Bart. Seien Sie nicht zu viel von der Pastiklob auf, dass es Ihr Gesicht abtropfen wird oder zu lange dauern, um zu trocknen. Wenn Sie nicht wollen, eine ganze Gesichtsmaske anwenden, können Sie die Mischung verwenden, um Spot-Behandlung Problemzonen. Benutzen Sie einfach einen Q-Tip die Maske direkt auf Pickel anzuwenden. Lassen Sie die Mischung zu trocknen. Je nachdem, wie viel von der Mischung Sie auf Ihr Gesicht aufgetragen, Trocknungszeit kann variieren. Jedoch sollte es irgendwo umdauern 15 Minuten. Achten Sie darauf, nicht die Maske tropfen zu lassen, überall, während Sie warten, bis es trocken. Spülen Sie Ihr Gesicht. Nachdem die 15 Minuten vergangen, und die Mischung getrocknet ist und hatte Zeit auf der Haut zu arbeiten, ist es Zeit, es wegzuwaschen. Spülen Sie es vollständig mit lauwarmem Wasser und die Hände aus. Verwenden Sie keine Waschdacken oder Schwamm, die weiter Ihre Akne-Haut reizen könnten. Patte Ihr Gesicht trocken mit einem sauberen Baumwaldtuch, um sicherzustellen, nicht zu reizen, die Haut durchreiben. Ein Nicht-Komedogen-Feuchtigkeitscreme zu beenden. Mit Meersalz Erfahren Sie, wie Meersalz Akne behandelt. Experten wissen nicht, eigentlich genau, wie Meersalz reduziert Akne. Es kann sein, dass die hohe Salzkonzentration Bakterien abzutöten hilft oder dass das Meersalz auffüllt Mineralien, die helfen, die Haut zu heilen. Meersalz kann auch hilfreich sein Tork in Auflösung. Diese Methode hat viele mit leichter bismäßiger Akne geholfen und wird nicht mit irgendwelchen Medikamenten stören. Dennoch ist es immer am besten, wenn Sie einen Dermatologen sehen, wissen Sie zu lassen, was Sie zu Hause tun, sich selbst zu helfen. Achten Sie darauf, nicht zur Übernutzung Meersalz, wie es Ihre Haut trocknen kann und die Torkproduktion anregen, die einen Ausbruch verursachen könnten. Bereiten Sie Ihre Haut für die Behandlung. Immer reinigen Sie Ihr Gesicht zuerst mit einem sanften, nicht alkoholhaltigen Reinigungsmittel. Setzen Sie den Reiniger auf Ihren Fingerspitzen und mit sanften, kreisenden Bewegungen, um Schmutz zu lösen. Waschen Sie für etwa eine Minute, dann gründlich mit kaltem oder lauwarmem Wasser. Bad trocken mit einem sauberen Tuch und unten als Behandlung nach Reinigen gegeben eine der Meersalz-Methoden verwenden. Mischen Sie eine Meersalz-Maske. Eine Maske ist nützlich, wenn die Akne Sie auf Ihrem Gesicht ausrichten möchten ist. Rühren Sie 1 Teelöffel Meersalz in 3 Teelöffel heißem Wasser. Das Wasser sollte so heiß sein, das Meersalz vollständig zu lösen, wenn man es zusammen rühren. Zu dieser Lösung, fügen Sie 1 Esslöffel eine der folgenden Möglichkeiten. Aloe-Fragil, zu heilen. Grüner Tee, für Antioxidantien. Honig, für seine antibakterielle Wirkungen und zur Förderung der Heilung. Tragen Sie die Maske. Verbreiten Sie die Mischung über Ihr Gesicht mit den Fingerspitzen, sodass Sie sicher, nicht zu viel von einem Schleimassel zu machen. Vermeiden Sie die Mischung in der Nähe Ihrer Augen. Lassen Sie es für 10 Minuten, aber nicht mehr. Meersalz zieht Wasser aus und kann Ihre Haut heraus zu viel trocknen. Nach 10 Minuten, spülen Sie die Maske mit kühlen zu lauwarmem Wasser ab und dupfen Sie Ihr Gesicht mit einem sauberen Handtuch. Ein Nicht-Komedogen-Feuchtigkeitscreme zu beenden. Während Sie versucht sein, sehr können, benutzen Sie diese Badewanne oder Gesichtswäsche einmal pro Tag. Anderenfalls können Sie Ihre Haut zu viel ausdrücknen, sogar mit einer Feuchtigkeitscreme. Machen Sie ein Meersalzspray als Alternative zu einer Maske. Die Zutaten für das Spray im Wesentlichen die gleichen wie für die Maske. Verwenden jedoch 10 Teelöffel Meersalz in 30 Teelöffel heißes Wasser und 10 Esslöffel der Aloe-Fragil-Grüner-Tee-Honig. Sobald Sie Ihre Lösung gemacht haben, gießen Sie sie in eine saubere Sprühflasche. Bewahren Sie diese Mischung in den Kühlschrank stellen, sie zu erhalten. Sprühen Sie die Mischung auf Ihr Gesicht. Jedes Mal, wenn Sie Ihre Haut mit etwas behandeln, sollten Sie immer waschen Sie sie mit lauwarmem Wasser und einem sanften Reinigungsmittel. Schließen oder decken Sie die Augen aus dem Stachel des Salzwasser zu schützen, spritzt dann die Mischung auf Ihr Gesicht und Hals. Genau wie bei der Maske, die Sie nicht wollen es für mehr als 10 Minuten auf der Haut zu verlassen, nachdem Sie gründlich mit kaltem bis lauwarmem Wasser spülen soll. Bad Ihre Haut trocken, dann beändern Sie mit einem Nicht-Komedogen-Feuchtigkeitscreme. Akk in einem Salzbad für ein Ganzkörper-Methode Wenn Sie Ausbrüche von Akne auf große Teile des Körpers haben, Ihren ganzen Körper in behandeltem Wasser getaucht könnte eine bessere Option als eine Maske oder ein Spray sein. Galcium, Magnesium, Natrium, Chlor, Jod, Kalium, Zink und Eisen, während normale Speisesalz nicht schaden Ihrer Haut, wird es auch alle Vorteile der anderen Mineralien in mehr Salz nicht gefunden bieten. Das Bad wird es nicht wirklich wert sein, wenn Sie regelmäßig Kochsalz verwenden sind. Fügen Sie zwei Tassen Meersalz zu sehr warme bis heiße Wasser, wie es die Wanne füllt. Dies hilft, das Meersalz aufzulösen. Einweichen in Wasser für bis zu 15 Minuten, aber nicht mehr. Länger als das könnte übertrocknen Sie Ihre Haut. Wenn Sie Pickel im Gesicht haben, einen Waschlappen in der Wanne Wasser einweichen und legen Sie es über das Gesicht für 10-15 Minuten. Spülen Sie das Meersalzwasser mit kaltem Wasser ab. Bad Ihre Haut trocken und eine Feuchtigkeitscreme, um Ihren Körper das Meersalz aus Überdrückung der Haut zu verhindern. Sie baden nicht mehr als einmal pro Tag in Meersalz. Mit hausgemachten natürlicher Reinigungslösung. Erfahren Sie, wie Acne ist Format. Sepum ist ein natürlich produziertes Öl, das, wenn überproduziert, die Poren verstopft, mit Essen zu verursachen. Wenn die Haut auch mit den Bakterien Propionibacterium Acnes, Pickel, Busteln, Zysten infiziert und Abszüsse bilden. Machen Sie sich mit natürlichen Aknebekämpfung Theorie. Sepum, die direkte Ursache von Akne, ist ein Öl. Basierend auf den Prinzipien der Chemie, der beste Weg Öl aufzulösen, und Schmutz, Zelltrümmer, Schmutz, Bakterien und so weiter, ist ein weiteres Öl zu verwenden. Wir haben zu denken gewöhnt, dass das Öl für die Haut ist immer schlecht, so verwenden wir Reinigungsmittel mit, häufig, reizende Chemikalien. Wir vergessen, dass die natürlichen Öle auf der Haut gibt es zu schützen, befeuchten, und halten die Haut gesund. Öl hat die Fähigkeit, nicht nur Brechenschmutz und unerwünschte Öle, sondern auch das Ablösen der Haut zu verhindern, das sie mit Seife zu säen. Wählen Sie Ihre primäre Öl. Wählen Sie Öle mit Bedacht, um sicherzustellen, Empfindlichkeiten und Allergien zu vermeiden. Wenn Sie eine Nussallergie haben, zum Beispiel, werden Sie nicht wollen, Haselnussöl zu verwenden. Die folgende Liste von Ölen ist vielfältig, einige sind teurer als andere, einige sind leichter zu als andere. Alle sind jedoch nicht komedogen, und die Poren uns dazu beitragen, die Akne-Problem nicht verstopfen. Argenöl Hanföl Chinussöl, Giolein Sonnenblumenöl Alternative Öle, die Sie verwenden können, das sind nicht komedogen für die meisten Menschen, sind Olivenöl und Rizinusöl. Rizinusöl kann für einige Menschen trocknen, während für andere, es ist feuchtigkeitsspendend. Kokosöl unterscheidet sich von den anderen Ölen, das sie Fettsäuren mittlerer Kettenlänge enthält. Es tötet Bakterien, einschließlich Propionibacterium agnes. Es gleicht den lankigen Fettsäuren in Talg, die die bohrende Haut blockieren. Entscheiden Sie sich für einen zweiten, antibakteriell antiseptisch. Die pflanzliche ätherische Öle auf dieser Liste sind dafür bekannt, Eigenschaften, die die Anwesenheit von P. der Kniesbakterien zu minimieren helfen. Viele dieser Öle haben angenehmen Aromen, sodass Sie vielleicht ein Öl auf Basis von persönlichen Vorlieben wählen. Bei allen Ölen Sie auf Ihrer Haut, immer daran denken, Sie auf einen kleinen Bereich der Haut zu versuchen, zuerst zu bestimmen, ob Sie eine Sensibilität für Sie haben. Oregano, antibakteriell, entzündungshemmend. D-Baum, antibakterielle, antimikotische. Lavendel, antibakteriell, beruhigend und beruhigend. Rosmarin, speziell antibakterielles Mittel gegen P. Ägnes. Weihrauch, entzündungshemmend, antibakteriell. Mischen Sie Ihre Ölreiniger. Sie können so viel oder so wenig von Ihrer Reiniger machen, wie Sie möchten. Es kann effizienter sein, um größere Chargen machen und speichern Sie irgendwo kühl und lichtgeschützt. Das Verhältnis Sie für alle Chargen halten sollte, ist Für jedes Flüssig- und Zeprimeröl, fügen Sie 3-5 Tropfen Sekunde pflanzliche ätherische Öl. Verwenden Sie Ihre natürliche Reinigungsmittel. Gießen Sie eine kleine Menge des Ölgemisch in die Handfläche und es auf Ihrem Gesicht. Verwenden Sie niemals einen Waschlappen oder Schwamm, die weiter Ihre Akne reizen könnten. Mit Hilfe von kleinen, kreisenden Bewegungen sanft massieren Sie das Öl in die Haut für 2 Minuten. Wasch Dein Gesicht. Eine einfache Spülung wird nicht so effektiv wie gewohnt sein, da das Wasser nicht Öl aufzulösen. Um das Ölreiniger aus dem Gesicht zu entfernen, legen Sie einen Waschlappen in warmes Wasser auf Ihrem Gesicht getränkt für 20 Sekunden. Langsam und sanft von der Öl wischen, dann spülen Sie den Waschlappen in warmes Wasser. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie das gesamte Öl aus dem Gesicht gewischt haben. Verwenden Sie ein Baumwolltuch trocknen Sie Ihr Gesicht zu streicheln. Verwenden Sie diese Methode zweimal täglich und nach starkem Schwitzen. Entwickeln einer guten Reinigungsroutine. Machen Sie ein fester Bestandteil Ihrer Routine zu waschen. Waschen Sie Ihr Gesicht mindestens zweimal täglich, einmal, wenn Sie aufwachen Weg zu räumen Öle, die auf der Haut während des Schlafes ansammeln, und einmal vor dem Schlafen gehen zu waschen die Tagesansammlung weg. Darüber hinaus, waschen Sie immer Ihr Gesicht nach Perioden mit starkem Schwitzen, ob Sie in die Turnhalle gegangen sind oder einfach nur an einem warmen Tag draußen gewesen. Nehmen Sie ein Bad mindestens einmal am Tag, und betrachten eine zusätzliche Dusche nach starkem Schwitzen nehmen. Verwende Sie immer entweder ein Nicht-Komedogen-Produkt oder Ihre selbstgemachten Ölbasis-Reiniger. Verwenden Sie Salz mehr, wie verwiesen. Über zu belichten Haut mehr Salz zu trocknen könnte die Haut, was zu einem Auflammen der Akne entwässern. Verwenden Sie die richtige Waschtechnik. Sie können Ihr Gesicht zu waschen mit einem Waschlappen oder Peeling-Handschuhe zu benutzen versucht sein, aber Ihre besten Werkzeuge sind griffbereit. Vor allem, wenn die Haut bereits Akne auf Sie hat, wollen Sie es nicht mit rauen Oberflächen zureizen. Massagereinigungsmittel in die Haut in sanften, kreisenden Bewegungen für etwa 10 Sekunden. Sie pülen nicht unreine Haut, da es die Haut wegziehen konnte, die nicht bereit ist, die noch kommen weg. Das ist wie ein Schorf abziehen, die noch funktioniert Ihre Haut zu heilen und wird hinter Narben und Verfärbungen hinterlassen. Nicht Angelegenheit pop Ihre Pimplers. Nur wie schlecht Akne aussieht, müssen Sie verstehen, dass diese Pickel und Busteln halten tatsächlich schädliche Bakterien enthielten. Der Eiter, die aus einem knallte Pickel kommt, ist voll von P. Echnis-Bakterien. Es kann genügen, um zu sehen ist die Haut gehen, aber alles, was Sie eigentlich tun müssen, wird Ihre andere, gesunde Haut, um die Bakterien ausgesetzt, die zuvor in den Pickel enthalten war. Dies könnte möglicherweise führen zu Akne verbreiten, anstatt Ihre Pickel verschwinden. Popping-Pickel können auch Narben und Verfärbungen verursachen. Schützen Sie Ihre Haut vor der Sonne. Ein belegter Mythos legt nahe, dass ein Tarnbehandlung helfen kann und Akne zu verhindern, aber die Wissenschaftler haben keine Beweise zu stützen, das gefunden. In der Tat, die sowohl Sonne und Solarium die Haut schädigen und das Risiko für Krebs erhöhen. Seien Sie sich bewusst, dass einige Akne-Medikamente oder andere Arten von Medikamenten tatsächlich Ihre Haut noch empfindlicher auf die Sonne zu machen. Diese Medikamente umfassen Antibiotika wie Siprofloxazin, Tetrakytlin, Trimethoprim und Sulfametoxazol, Antistaminika wie Diffenhydramin, Benetryl, Drogenverwendet, um Krebs, 5U, Vinblastin, Dacabazin, zu behandeln. Herz-Medikamente wie Amiodorone, Nifedipin, Geniden und Dityazum, nicht-steroidale entzündungshemmende Medikamente wie Naproxen und die Akne-Medikamente Isotretina, Akkutane, und Acetretin, Soriatane. Einstellen des Ernährungs Essen Sie Lebensmittel mit einem niedrigen glykämischen Index, G. Hautspezialisten sagen uns, dass trotz Geschichten, die Sie über Milch und Schokolade gehört haben, Ernährung nicht direkt Akne verursachen. Neuere Forschungen jedoch geprüft Ernährung der einheimischen Bevölkerung auf der ganzen Welt, wo es keine Akne in der Teenager-Subpopulationen war. Wenn Diäten wurden in den USA zwischen den Kontrollen verglichen, die Akne mehr als 70% hatten uns die einheimischen Jugendlichen ohne Akne. Es war klar, dass Milchprodukte in Kombination mit zu viel Zucker in der Ernährung der Akne-Frei-Jugendlichen fehlten, aber in den USA Kontrollen. Dies erklärt, warum für einige Leute, bestimmte Lebensmittel wie Milchprodukte und Ernährung mit einem hohen Zucker verarbeitet das Risiko für Akne erhöhen. Diese Lebensmittel erhöhen Entzündungen und bieten eine Umgebung, wo Bakterien gedeihen können. Studien haben gezeigt, dass niedrigen glykämischen Index Lebensmittel, G, die Schwere der Akne zu reduzieren. Niedriger glykämische Index Lebensmittel sind solche Lebensmittel, die Zucker in ihrem Blut langsamer freisetzen. Die niedrigsten Gelebensmittel sind Brenngetreide, Naturmüsli, Haferflocken Vollkornbrot, Pumpernickel, Vollkornbrot Die meisten Gemüse außer Rote Beete, Kürbis und Pastinaken Nüsse Die meisten Früchte außer Wassermelone und Datteln Mango, Banane, Papaya, Ananas, Rosinen und Feigen haben mittleren G Leguminosen Joghurt Ganze Körner sind niedrig bis mittlere G Die niedrigste G sind in brauner Reis, Gerste und Vollkornpasta gefunden. Füllen Sie Ihre Ernährung mit Vitamin A und D Zusammen mit Lebensmitteln in geringem G zu essen, sollten Sie auch darauf achten, dass Sie die entsprechenden Nährstoffe für die Gesundheit der Haut sind die Einführung in den Körper. Die Vitamine, die für die Haut am wichtigsten erscheinen, sind die Vitamine A und D, 44, arbeiten Sie die folgenden Lebensmittel in Ihrer Ernährung. Gemüse Süße Kartoffel, Spinat, Karotten, Kürbis, Brokkoli, Paprika, Kürbis Frucht, Kantelope, Mangos, Aprikosen Hürsenfrüchte, Black Eyed Peas Fleisch und Fisch, Rinderleber, Kering, Lachs Fische, Lebertran, Lachs, Thunfisch Dairie, Milch, Joghurt, Käse Rollen Sie Vitamin D durch Sonnenanstrahlung Obwohl viele Lebensmittel mit Vitamin D angereichert sind, existiert es nicht in Hülle und Fülle in den Lebensmitteln, die wir essen. Während Sie versuchen können, Ihre Vitamin D-Spiegel durch das Essen, die einzige beste Weg, um Vitamin D zu erhöhen, ist die Haut auf die Sonne 10 bis 15 Minuten pro Woche aussetzen. Sonnenlicht löst Vitamin D-Produktion durch die Schinnpunkt-Do nicht Sonnenschutz tragen, und lassen Sie so viel Haut ausgesetzt, wie Sie sich wohl fühlen mit. Nicht zu belichten Ihre Haut ohne Sonnenschutz zu Sonnenlicht, da es sehr gefährlich ist und zu Krebs führen können. Erhöhen Sie Ihre Omega-3-Fettverbrauch Studien deuten darauf hin, dass Omega-3-Fettsäuren die mit Akne profitieren können. Omega-3-Fettsäuren die körpereigene Produktion von Leukotrien B4 begrenzen, was die Tork-Produktion erhöht und führt zu entzündlichen Akne. Tork ist ein natürliches Öl produziert die Haut zu befeuchten, aber wenn es überproduziert, es verstopft die Haut und Akne verursacht. Durch die Erhöhung der Omega-3-Fett in der Ernährung können Sie Ihrer Akne helfen, die Kontrolle. Lebensmittel, die Sie achten sollten sind Samen und Nüsse, Leinsamen und Leinöl, Gersamen, Butternuts, Walnüsse Fisch und Fischöle, Lachs, Sardinen, Makrelen, Fälchen, Maifisch Kräuter und Gewürze, Basilikum, Oregano, Nelken, Majoran Gemüse, Spinat, Auswuchsrettichsäuren, chinesischer Brokkoli